moin zurück liebe freunde und schon mal danke dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren folge von need for speed heat und wieder mit dabei unser meister fangir in grün der greg grüßt die gott und dann würde ich sagen dann legen wir jetzt einfach mal los mit unserem ersten rennen und wir fordern die hallo ja moin zusammen junge junge wir fordern die party heraus und das stelle ich den rechnung übrigens gerade freunde noch abgeholt hier rechts wohnt die übrigens die die wollten mit fahren okay so are you ready are you ready let's go muss natürlich noch annehmen ja start einfach rb ja 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 nur ich kann es starten alles klar nee du müsstest eigentlich schon fenster aufgeploppt bekommen haben oben nicht okay okay warte dann fahren wir raus aus dem stadtbereich vielleicht ist das ein bisschen buggy oder so oder geht nicht wenn fenster offen und so ich weiß es nicht so start party go let's go again belohnungsbonus bis zu 40 prozent oh je boi ich bin so aufgeregt mir wird schon verschwindelig ganz wuschig der kerl oh was für ein schönes auto ja wie hallo hast du nicht mein bmw gesehen als ob ich sehe immer nur den gewinnerwagen hallo okay diesmal mit didro es hat nichts gebracht und er zieht einfach diesmal an der außenseite vorbei und schnappt sich easybeasy den ersten platz aber wir bleiben direkt dahinter wir schnappen uns den fangir ja das sieht man schon der hat geübt er hat geübt aber alles easy okay ja das sieht man fahrerisch hat er wesentlich mehr drauf da war die bande wieso sagst du sowas ja und ich hier ein bisschen weißt du was jetzt war da mal du hast jetzt nicht abgekürzt digga alter du musst was sagen wir spielen wir spielen gleich im anschluss noch eine mario oh over 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 letzte runde naja junge du bist nicht weit vorne die drohe geht nicht scheiße junge junge macht platz das war ein gutes rennen das war ein gutes rennen 10.000 dollar wie du auch ja unglaublich ich würde sagen das war ein gutes rennen das war ein gutes rennen ja es hat spaß gemacht ich habe ein kribbeln im nacken ist immer gut so war ich muss noch absetzen leute und setzt du mal die uschi ab ich guck mal eben okay also steig mal aus der sternen staub das ist ein bmw rennen junge das ist ein bmw rennen tschüss tschau lass doch die uschi sein hier let's go ja ich glaube bei dem nächsten rennen sind frauen anwesend am start da möchte ich nicht besser muss sie aber nicht sagen nee alles okay zu hause aber sie sagt halt immer welche mal schnell die uschi anrufen du musst mich im nächsten rennen gewinnen lassen das sonst sage ich alles oh ja nice ok wo müssen wir hin wo müssen wir da oben hin ja ok wie er mit den palmen kuschelt hallo so ein baum ist ja einfach auch nur das papier garten und landschaftspflege eigentlich jetzt stehst du bestimmt wieder im stadtbereich kannst nicht annehmen oder jetzt 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 und jetzt geht es gleich weiter hier schlag ausschlag zack 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 ein rennen nach dem anderen wir brauchen knete und rap zum tunen und einfach cool sein er zum cool sein rap rap ist musik richtungstechnisch ja natürlich hier hörst du doch schon hier rap rap hat ihr halt einfach immer da vorbei zieht was los gibt es hier sowas wie kickstart oder so ja bei zwei besser der hat nicht gerettet warum kick nämlich aus was los mit ihr sparky immer kurz vom gas runter ist doch langweilig hier warte oh scheiß ich war genau absicht genauso geplant hier der controller hört nicht mehr auf zu vibrieren das ist ja wenn du auf den mittelstreifen fährst ne als ob ich war auf der straße das willst du ja 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 die drohe oh shit wo ja junge was ist los ok ich bin raus ja ja du hast mich voll eliminiert aus der stelle oder ja im zug aber ich kämpfe mich zurück ich kämpfe mich zurück und wenn es das letzte ist was ich tue jetzt war mal ok ok ich würde sagen die lernkurve ist keine gerade aber so eine richtige kurve ist auch nicht alter wie weit vorne da ist willst du mich verarschen gregory das war mir eben zu knapp das träge ich mich nachher auf wenn ich verliere ganz schlechter verlierer ganz schlecht rage quit also nicht dass jemand denkt der nagon ist wirklich so schlecht nein er hat einfach ein wesentlich langsameres auto als ich ja genau sagst mir immer wieder sagst mir immer wieder ich brauch sowas nicht ich brauch sowas nicht ja das wäre das einfachste musste gar nicht viel reden die kurve ist schon ein bisschen gemein das stimmt das gibt es ja auch noch und da seht ihr wieder den ersten best gierig er so der gewinnertyp ist ja doof dass du auch 10.000 oder 12.000 jetzt in dem fall bekommst dann oder hast du noch mehr ich habe gerade nicht darauf geachtet aber eben war es gleich also ich finde das ist okay nee das ist nicht okay ich muss aufholen ach so meinst du ich sollte noch weniger kriegen ich glaube ich werde eh an dich angeglichen du hast eben mehr bekommen in meinem event in deinem event habe ich gar nichts bekommen nichts nichts nur ich habe nichts gesehen ok 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 warte mal ausforderung warte mal weg so ok ups wieder falsche taste also lernkurve und so ne ja wie gesagt dein auto noch ein bisschen hoch tun ja ja das eine rennen da fahren wir jetzt auf jeden fall noch und dann geht es weiter zum jungen oh je ich werde natürlich auch tun damit wir immer schön den gleichen abstand behalten leute wobei deine teile sind ja teurer wenn wir gleich viel bekommen dann hole ich ja doch auf ich versuche jetzt mal ich wollte sagen rückwärts an der dran zu bleiben aber rückwärtsgang ist hier nicht so cool bei der karre gut alter okay damit komme ich klar was ist davon da ist es drin schon eine party herausforderung ich muss gar nicht hinterher fahren ich kann einfach annehmen ja chillig hast du angst ich habe die police gehört die können wir uns gleich mal im nachtrennen schmecken lassen zielplatz 1 meine ziele erfülle ich nicht irgendwas passt hier nicht bitte ich habe vor mir kamaro makaro makarena erst mal hinten rein gefahren aller platz hier wie er davon schon wieder abgeht ich kotze im strahl komm jetzt habe ich richtig gebremst in der kurve ich muss sagen muss mich hier schon ein bisschen konzentrieren ist nicht so dass man das einfach mal so nebenbei macht ich habe einen bmw hallo platzer hier kommt der matzer nein immer wenn ich stängern will verliere ich richtig boden hier ist gemein oh DITRO TUDE ALTER UOPA jetzt zieht er wieder ab ey das ist doch ey das ist überhaupt nicht gut oh mein gott der drift hat nicht geklappt ich bin raus einfach geradeaus rausgefahren ich würde sagen kann man machen oder ich bin voll rausgeflogen jetzt liege ich auf dach auf dem mond meine damen und herren werden wir ihn doch noch überwunden ich guck mal den rückspiegel ja da sehe ich gerade eine rampe nischt 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 mein freund nischt oder kommt man um die ecke last round oh ihr boy oder habe ich Ich würde sagen, Käfer, Mazda, irgend sowas. Ist das ein Arsch. Junge, Baby. Jetzt bin ich wieder raus. Hör auf, mich zu provozieren. Produzier mich nicht. Junge, jetzt produziere ich zurück. Wie er wieder abzieht, ey. Nitro gegen die Palme. Genauso macht man das. Oh Gott, der Drift geht wieder nicht. Was ist los? Okay, ich bin zu blöd. Okay. Einfach alles weghauen. Was im Weg ist. Oh. Da kam er vorhin schon um die Ecke. Jetzt hat er einen weiteren Abstand gehabt. Meine Damen und Herren. Es ist einfach unerreichbar, dieser Fangier. Willst du übernehmen? Ist okay. Voll okay. Boah, 17.000, Junge. Was geht denn jetzt ab? Der war gut. Ich glaube, das Ganze hat sich für dich gelohnt. Und für mich auch. Für dich auch? Jo. Hast du auch 17.000 gekriegt? Ja. Ja. Ah ja. Interessant. Okay. Wo kommen wir jetzt nochmal in die Werkstatt rein? Ups. Machen wir hier. Wegpunkt. Entfernen. Einen Xer. Ey, yo. Ja. Skid ab. Skid ab. Wie kommen wir denn jetzt in die Nacht? Oder musst du das mal? Ähm, ja. Ups. Machen wir, machen wir die Nacht an. Suchen wir, suchen wir uns mal einen Garage hier. Okay. Du fährst mal voraus, weil ich sehe die wieder nicht. Keine Ahnung. Okay, dann werde ich mal einer auswählen. Ups. In der Nähe. Kann man auch mit Schnellreise anwählen? Mit Y. Ja, toll. Schnellreise. Lass mich verarschen. Aber wir werden da hinfahren. Obwohl, ich sehe gerade. Auch für mich neue. In den Karten Einstellungen kannst du mit RT auf Nacht wechseln. Aber wir wollen ja eh in die Garage ein bisschen Geld ausgeben, ne? Ja, genau. Daran wollen wir hin. Äh, warte. Also, dann einmal eine Route. Oh, ja. Der Fangier, er, drivet hier einfach mal los. Oh. Oh, ja, nice. Wollte ich mir eh neu kaufen, Marsch. Und muss man den Schaden, äh, also so hier bezahlen, reparieren? Ja, du in dem Fall, ne? Ups. Den Kotflügel und den... Ich rast aus. Mann. Und dann ist er einfach verschwunden. Ich stehe hier noch wie Peak 7. Okay. Da nichts mehr auswirkt. Wagen freigeschaltet. Ja, 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 ja. Quatschen hier nicht rum. Mann, Mann, Mann. So. Braucht kein neues Auto hier. Wir machen einfach hier mal Leistung. Äh, Speed Traps. Übertriff in Speed Traps die Zielgeschwindigkeit, um Sterne zu erhalten. Er zielt zu allen Speed Traps drei Sterne. Schaltest du einen einzigartigen McLaren 600 LT frei. Okay. Den hole ich mir. Aber ich fahre mit meinem BMW. Ähm. So. Also. Wir brauchen erstmal eine neue Kurbelwelle. Oder? Findest du auch, oder? Ja, kurbel den mal hin. Wir kurbeln jetzt mal hier ein bisschen. So. Dann haben wir das doch. Aber wir können auch direkt den Motor wechseln. Ah ja. Äh. Wie? Ach so. Ne, kann ich noch nicht. Dann bin ich. Bin ich noch Noob. Ach so. Da ist dann quasi hier so die Kategorie. Ah ja. Standard. Standard Sport. Super Plus ey. Ich hab ein Super Plus. Äh. Getriebe. Antriebsteile. Ja okay. Ja. Äh. Ich kann mir das alles noch nicht gönnen hier. Na egal. Ähm. Turbo. Der kostet ja noch nicht mal was. So. Bereits angewendet. Ah ja. Ja. Gut. Ja. Das bringt's voll. Das bringt's voll. Einfach mal Geld ausgeben. Äh. Ein Tipp gebe ich dir noch in der Nacht. Wenn ich die Bullen erwischen habe, verließe von dem Geld auch ein bisschen was. Also doch. Ein bisschen ist untertrieben. Deswegen vielleicht ausgeben. Puh. Okay. Handling Profil. Ah ja. Ja gut. Ach so. Das beeinflusst man dann auch noch durch die Teile. Okay. Wir brauchen neue Bremsen. Hm. Wer bremst, verliert, sag ich da. Hilfs-Item. Was ist denn das schon da? Kill-Switch. Stör-Sender. Ah ja. Passiv. Okay. Ich kann mir nix gönnen. Wir hätten uns den Weg hierher sparen können. Ernsthaft? Ja, schon ein bisschen. Äh. Drift, Bracing, Differenzial. Offroad, Straßen. Hm. Wir fahren ja jetzt erstmal Straßenrennen, oder? Hopp. Ja, ja. Okay. Dann gönnen wir uns jetzt trotzdem erstmal hier so diese normalen Teile. Ähm. So. Hier haben wir das. Machen wir hier immer noch die Kühlung klar. Und. Ja, moin. Stadtauspuff. Was? So. So, so, so. Sportauspuff haben wir auch. Äh. Turbo haben wir schon. Ups. Und Nitro kann ich nicht upgraden. Okay, ärgerlich. So. Na gut, dann machen wir die Bremsen noch klar. Was soll's. Was kostet die Welt? Ähm. Ah ja. Okay. Oh, nice. So. Okay, ich hab alles getunt, was ich tunen kann. Scheiße. Ja, können wir noch ein bisschen Optik-Tuning machen. Ähm. Wow. Ach du Scheiße. Ist das jetzt euer Ernst? Was kann man da alles bitte machen? Äh. Ne, das sehe ich jetzt eigentlich keine Notwendigkeit. Ah ja, Lackierung. Da wollte ich eigentlich hin. Habe. Aber machen wir einen schwarzen Teufel hier da. Annehmen wir einen Roten Teufel, oder? Den Teufel. Machen wir einen Teufel. Mal da rüber. Das sieht ein bisschen verwaschen aus hier. Ah ja. Uff. Eigentlich möchte ich noch kein Geld für so einen Käse ausgeben. Ne, ich spare dir das ruhig. Ups. Äh. So. Okay. Hm. Der Unterschied, naja, von Tag zu Nacht ist. Das hast du bestimmt vorhin auch gelesen. Ja. Einmal Rap, einmal Geld, ne? Jo. Ach Gott, ich... Okay. So. Okay. Leute, es geht in die Nacht. Und... Wenn der Tag vorbei ist, ist auch damit diese Folge vorbei. Hohoho. Äh. Wenn es euch gefallen hat, denkt dran, lasst einen Daumen da. Verpasst keine weitere Folge, indem ihr da unten irgendwo auf Abonnieren klickt. Und am besten die Glocke noch mit aktivieren. Aktivieren. Jetzt. Sofort. Aktivier mich. Push the button. Okay. Würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin. Haut mal ordentlich rein. Bis denne. Und Tschüss. Gutes Nächtle. Gutes Nächle.